Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ich denke, viele von euch haben unsere letzte Animation gesehen, welche sich einbettet in eine Animationsreihe, in der wir, b-iðnillahi ta'ala, auf die Ideen des Westens eingehen werden. Auf Grundverständnisse, die sich in der westlichen Welt etabliert haben, auf Grundideen, die die Menschen hier verinnerlicht haben. Die erste Animation, die wir veröffentlicht haben, war sozusagen die Einleitung des Ganzen. Und dort haben wir über den sogenannten Kampf der Ideen gesprochen. Also darüber, dass es in der Realität einen Kampf der Ideen gibt. Und in meinem heutigen Beitrag werde ich in s.a.w. anschließend an die Animation auch den islamischen Standpunkt bezüglich diesem sogenannten Kampf der Ideen eingehen. Und das wird sich dann auch so entsprechend der Reihe vorziehen, dass ich immer wieder, wenn eine Animation veröffentlicht wird, den islamischen Standpunkt oder die islamische Sichtweise auf das entsprechende Thema in s.a.w. aufnehmen werde. Gehen wir in s.a.w. auf diese Einleitung ein, nämlich auf das Thema der Kampf der Ideen. Erst einmal könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum überhaupt, also warum ist das Thema so wichtig? Was ist die Brisanz an dem Thema der Ideen? Und geht es beim Kampf der Ideen tatsächlich lediglich um die Ideen oder steckt mehr hinter diesem Thema, dem Kampf der Ideen? Dazu sollte man wissen, dass wenn wir sagen, Ideen oder ein Kampf der Ideen oder dass Menschen Ideen verinnerlichen, dass damit zwangsweise und auf natürliche Weise auch immer Handlungen verbunden sind. Das heißt, Ideen führen zu Handlungen. Und oft, wenn sozusagen in Gesprächen oder in Auseinandersetzungen gesprochen wird, wird oft über die Erfolge der Idee gesprochen, nämlich über die Handlungen. Vielleicht, um das erst einmal zu einem Grundlegenden näher zu bringen. Es gibt einfache Ideen, die direkt zu einer Handlung des Menschen führen. Und diese Ideen sind auch, man nennt sie dann auch praktische Ideen, weil man unmittelbar den Bezug zur Realität sieht. Und hier könnte man z.B. nennen, dass Menschen technische Errungenschaften und Wissenschaften betrieben haben und da zu Wissen gekommen sind. Und diese Ideen, die sie im Endeffekt hatten, direkt zu Handlungsweisen geführt haben. Also man kann beispielsweise sagen, man hat irgendwann entdeckt oder nachvollziehen können, wie Elektrizität funktioniert, wie Strom funktioniert. Da haben sich Menschen, zweifelsohne sehr kluge Menschen und innovative Menschen, Leute, die sehr kreativ sind, Gedanken darüber gemacht. Und haben Ideen über diese Thematik bekommen, darüber, dass Elektronen beispielsweise innerhalb eines Gitters fließen. Und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie man das nutzen könnte. Und haben Ideen entwickelt. Und diese Ideen hatten unmittelbar, also direkt einen Effekt auf die Handlung des Menschen. Beispielsweise können wir sagen, dadurch, dass man den Elektromotor erfunden hat, hat man zu Hause nicht mehr gefegt, sondern man benutzt jetzt den Staubsauger. Oder dadurch, dass man den Motor erfunden hat, hat sich eine Handlungsweise des Menschen verändert. Früher ist auf einem Pferd oder einem Kamel geritten. Heute fährt er ein Auto oder steigt in den Zug oder ins Flugzeug. Das sind so ganz einfache Ideen, praktische Ideen, die unmittelbar zur Handlung führen. Das, worüber wir aber sprechen und das, worüber es auch sozusagen diesen Zwist gibt. Und wenn wir von Kampf der Ideen sprechen, sprechen wir nicht über diese praktischen Ideen. Über technologische Sachen, über wissenschaftliche Sachen. Dort sind sich die Menschen gewissermaßen einig. Darüber streitet niemand und sagt dann, das ist gut oder das ist nicht gut. Man streitet dann vielleicht darüber, ob etwas praktisch ist oder nicht praktisch ist. oder welches komfortabler ist oder nicht, wirtschaftlicher ist oder nicht. Aber man streitet nicht darüber, ob die Idee an sich oder ob diese Ideen von der Bewertung her gut sind oder schlecht, gut oder böse auch sind. Wenn wir jetzt von Kampf der Ideen sprechen und das, was auch in der Animation eingeleitet wurde, ist, das sind die grundlegenden Ideen, die tiefgreifenden Ideen des Menschen. Die den Menschen fundamental beeinflusst. Es sind Fragen beispielsweise nach dem Sinn des Lebens. Okay? Das ist eine Idee, die sehr fundamental ist, sehr tiefgreifend ist. Und die Menschen unterschiedlich in ihrer Gesinnung, in ihrer Art und Weise, wie sie denken, beeinflussen. Es ist die Idee, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht. Das ist im Endeffekt ja eine Idee. Wenn wir sagen Ideen, dann meinen wir damit, dass es ein Urteil über eine Sache ist oder die Antwort auf eine Frage. Okay? Und somit ist die Aussage, wir glauben an Allah oder Allah existiert, ist eine Idee. Ist eine Idee. Es sind auch beispielsweise Fragen wie, gibt es eine Abrechnung? Also, wenn der Mensch tot ist, wird er zur Rechenschaft gezogen? Okay? Und hier könnte man sich natürlich die Frage stellen, okay, bei den ersten Fragen, bei den sogenannten einfachen oder praktischen Fragen, haben wir den Bezug zur Handlung direkt erkennen können. Wie ist es mit diesen Fragen? Hier ist es auch so, dass sie einen direkten Bezug zur Handlung haben. Nehmen wir beispielsweise die Frage, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht. Die Antwort auf diese Frage, das heißt, die Idee darüber, ob wir an Allah glauben oder nicht, hat direkt eine Handlung zur Folge. Nämlich, wenn beispielsweise jemand nicht an einen Schöpfer glaubt, er glaubt nicht daran, dass die Erde und das Universum erschaffen wurden, so macht die Handlung der Huld oder des Anbetens keinen Sinn mehr. Okay? Wenn diese Erscheinungen oder wenn diese Taten, also dass jemand beispielsweise jemanden huldigt oder betet, trotzdem in Erscheinung treten bei Menschen, die nicht an Gott glauben, so hat das einen anderen Ursprung. Also ist das anders begründet. Aber wenn man das abstrakt und nüchtern betrachtet, dann macht es keinen Sinn, dass jemand, der nicht an Allah glaubt, nicht an einen Schöpfer glaubt, nicht an Gott glaubt, dass er anfängt, diesen Schöpfer, an den er ja nicht glaubt, dass er diesen anbetet. Genauso ist es auch mit der Frage der Rechenschaft. Wenn jemand nicht an eine Rechenschaft nach dem Tod glaubt, dann macht es keinen Sinn, dass er Angst verspürt, dass er sich selbst in seinem Leben noch zur Rechenschaft zieht für das, was er getan hat. Jetzt könnte man auch sagen, aber es gibt doch etwas wie das Gewissen des Menschen, welches ihn auch dazu zwingt oder dazu bringt, über seine Taten nachzudenken und sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Auch hier zu sagen, das basiert auch auf einer anderen Idee, aber nicht auf die Idee oder auf der Idee, dass er nach dem Tod zur Rechenschaft gezogen wird. Es kann irgendwas anderes sein. Es kann auch ein Gefühl sein oder etwas im Menschen tief verankertes. Das soll jetzt nicht Thema sein. Ich will nur aufzeigen, dass wenn der Mensch an eine Akhira glaubt, er, dass das Taten zur Folge hat. Oder auch zur Folge hat, dass er bestimmte Sachen nicht tut. Also wir Gläubigen haben Angst vor Allah und haben Angst vor der Rechenschaft Allah und das hindert uns daran, sehr viele Dinge zu tun. Wir dürfen nicht betrügen beispielsweise. Es hindert uns. Also diese Idee, dass ich jaum la qiyama vor Allah stehe, hat unmittelbar einen Einfluss darauf, dass ich Menschen nicht betrügen möchte. Und ihr könnt ja die Gläubigen fragen. Manchmal sieht man das so. Leute, die aus tiefstem Herzen weinen und jemand, der nicht an Allah glaubt, der versteht das nicht. Also die können das nicht begreifen. Hat sogar jemand mal ein gutes Beispiel gegeben. Da war einmal einer in der Moschee. Und im Gebet hat er, als er die Rezitation gehört hat, er hat angefangen zu weinen, wirklich aus tiefstem Herzen zu weinen. Allah Alam, er war vielleicht in einem Zustand der Reue, der Taube, hat sich an Taten erinnert, die er getan hat, die dann gepasst haben zu den Ayat. Und aus tiefstem Herzen geweint. Und einer kam zu ihm, der das alles nicht begreift. Vielleicht so jemand, der wohl unislamisch ist oder er konnte das nicht begreifen. Er geht zu ihm, ist alles gut mit dir, tut dir was weh oder brauchst du irgendwas. Er konnte nicht nachempfinden, dass er vielleicht gerade aus Angst vor Allah, vor der Rechenschaft, weil er irgendwas getan hat, weint. Des Weiteren hat beispielsweise die Idee, dass Allah existiert, auch eine Auswirkung darauf, wie wir prinzipiell unser Leben gestalten. Also wenn wir beispielsweise sagen, jemand glaubt nicht an Allah, er glaubt nicht an Allah, dann stellt sich ihm auch nicht die Frage, ob er die Gesetze Allah Ta'ala auf Erden umsetzen muss. Also ob er sich an Allahs Regeln halten muss oder nicht. Folglich wäre dann eine Option, dass er sagt, die liberale Lebensform ist naheliegend, ist passend. Weil er glaubt ja gar nicht an Allah, also glaubt er nicht an Allahs Gesetze. Folglich eine liberale Lebensform und das ist ja eine Reihe von Taten und Handlungen, die mit dieser ursprünglichen Idee, ob Allah existiert oder nicht, verbunden ist. Hingegen jemand, der an Allah glaubt, stellt sich sehr wohl die Frage. Okay, wenn ich an Allah glaube, wenn Allah existiert, muss ich auch seine Gesetze anwenden, auf mich beziehen, mich an diese halten. Und dann die direkte Folge, wenn er Muslim ist, zu sagen, ja, also richte ich mein ganzes Leben gemäß den Gesetzen Allah Ta'alas aus. Das heißt, wir haben hier immer eine Idee und darauf folgen dann Handlungen. Und diese Tatsache, die bestätigt Allah Ta'ala auch im Koran. Nämlich, dass Taten immer mit Überzeugungen und Ideen verbunden sind. So lesen wir an sehr vielen Stellen im Koran, dass Allah Ta'ala immer sagt, Außer jene, die Iman haben und Iman ist ja nichts anderes als Ideen. Ideen, also nimmst du zwei Menschen, der eine hat Iman, der eine hat nicht Iman, so unterscheiden sie sich in ihren Ideen. Der eine glaubt an Allah, an die Propheten, an die Bücher, an die Abrechnung und der andere nicht. Und hier sagt Allah Ta'ala, dass die Folge von Iman Taten sind. Und hier sagt er bestimmte Taten. Also wenn sie Iman haben, folgen bestimmte Taten, nämlich die guten Taten. Hingegen jeder, die nicht Iman haben, auch Taten vollziehen wird, weil sie Menschen sind und ja unweigerlich auch ihr Leben bestreiten müssen. Aber sie werden nicht die Salihat tun, sie werden nicht die guten Taten tun. Auch hat oder auch haben die Ideen direkt zur Folge, wem meine Loyalität gehört. Das ist auch eine direkte Folge von Ideen. Und das Thema Loyalität ist ja ein Paket, womit auch wiederum viele Taten verbunden sind. Und betrachten wir das Thema der Loyalität, ist es ja so, dass der Mensch Loyalität jenem gegenüber verspürt oder hat, der ihm in seinen Ideen gleicht. Das beschreibt Allah Ta'ala auch im Koran, ne? Und jene, die Iman haben, sie sind einander Helfer, Unterstützer, ihnen gehört die Loyalität. Und er sagt, Und jene, die Kuffer begangen haben, auch ihnen untereinander gebührt Loyalität. Und so könnte man sehr viele Beispiele anführen, dass Ideen direkt zur Handlung führen. Und wie gesagt, Allah Ta'ala dieses im Koran auch bestätigt. Und aus diesen Ideen, diesen grundlegenden Ideen, von denen wir gesprochen haben, nicht die praktischen Ideen, entstehen auch Ideologien, Kulturen. Wenn wir uns das Thema betrachten von Kulturen oder Ideologien, so erkennen wir, dass es ja im Grunde genommen nichts anderes ist, als eine Anreihung oder ein Paket, eine Ansammlung von fundamentalen Ideen, die Menschen über das Leben gewonnen haben. Auf diesen grundlegenden oder fundamentalen Ideen bauen sie dann detaillierte Ideen auf und diese wiederum führen zu einer bestimmten Lebensweise. Okay, und das können wir in Europa sehr gut erkennen. Wir hatten damals in Europa das Mittelalter und jeden offenbart sich ja ganz schnell, dass die Handlungsweisen der Menschen, jetzt unabhängig vom technologischen Fortschritt, im Mittelalter sich unterscheiden von den Handlungsweisen der Menschen in der Neuzeit. Also beispielsweise gab es früher in Europa, und das muss ja nicht einmal im Mittelalter sein, um diesen Kontrast aufzuzeigen, gab es in Europa bestimmte Ideen von Ehre, von Ehrgefühl, von Reinheit. Und das hatte zur Folge, dass die Menschen eine bestimmte Handlungsweise an den Tag gelegt haben. Beispielsweise waren die Frauen in Europa früher alle bedeckt. Okay, also alle waren, also auch der Kopf war bedeckt. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, welche grundlegenden Ideen sie hatten. Sie waren damals sehr stark von Religionen beeinflusst. Die Leute sind damals beten gegangen, in die Kirche gegangen. Okay, viele falsche Ideen natürlich auch, die damals verbreitet waren. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass sie eine bestimmte Handlungsweise in der Gesellschaft etabliert hatten. Und dann sprechen wir von der Zeit der Renaissance und der Aufklärung. Und als Folge dessen sind die Menschen dann, das nennen wir heute so, dann liberal geworden. Und viele Werte, die damals da waren, Ideen, die sie damals hatten, haben sie abgelegt. Und in Folge dessen war es dann auch kein Problem mehr, andere Handlungen an den Tag zu legen. Also beispielsweise war es damals sehr unehrenhaft und man konnte sehr hart dafür bestraft werden, wenn man beispielsweise Unzucht begeht, seinem Ehepartner fremd geht. Das ist etwas, was heute gar nicht mehr so negativ ist. Also wenn es negativ dargestellt wird, dann nur auf einer persönlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene, weil ich selber das nicht mag oder jemand das nicht schön findet. Aber per Gesetz und per Wert ist das hier nicht mehr schlecht. Im Gegenteil, als ich noch den Fernsehanschluss hatte, kann ich mich erinnern, dass es Fernseherwerbung, also TV-Werbung gegeben hat für so etwas. So eine Internetseite wurde beworben dafür, die das anbietet. Also die das macht, also kommerziell werden Seitensprünge, so haben sie es genannt, beworben. Also Handlungen haben sich hier geändert, aufbauend auf den Ideen. Das heißt, Ideen, die sich im Menschen festsetzen, ändern ganze Gesellschaften und führen eine Gesellschaft vom Mittelalter jetzt hier in die Neuzeit. Und ich will jetzt nicht bewerten, wie das jetzt ist mit dem Liberalismus, was jetzt gut ist oder nicht. Es geht mir nur darum aufzuzeigen, wie wichtig die Frage der Ideen sind und was sie bewirken können. Und genauso war es auch zur Zeit des Propheten, a.s.w. Auch er hat in einer Umgebung gelebt, wo bestimmte Ideen vorherrschten. Es war die Idee der Götzendienerei, die vorherrschte in der damaligen mekanischen Gesellschaft. Und was hat Mohammed s.a.w. gemacht? Er hat diese Gesellschaft verändert. Womit ist er gekommen? Er ist mit Ideen gekommen. Sie hatten die Idee darüber, dass es mehrere Götter gibt. Und viele andere natürlich auch Ideen, also grundlegende Ideen. Und das, was Mohammed mit seinen Sahaben, mit seinen Helfern getan hat, mit seinen Gefährten ist, sie sind zur Gesellschaft gekommen und haben diese Ideen verändert. Und damit hat sich die arabische Gesellschaft auch verändert. Und was für eine gewaltige Veränderung. Also die Araber beispielsweise waren international betrachtet überhaupt gar nichts wert, wenn man das jetzt so formulieren will. Also niemand hat ihnen großartig Beachtung geschenkt. Und als die Leute dann, also diese Araber damals, aufgestiegen sind durch den Islam, haben die anderen Völker das gar nicht geglaubt. Also was für ein Umschwung. Da gibt es eine interessante oder witzige Überlieferung, wo sich jemand so, also wie man darstellen wollte, wie weltfremd auch die Araber waren und wie zurückgeblieben sie waren. Er meinte, es war einmal ein Araber, der sein Kamel verkauft hat. Und sie haben ihn gefragt, für wie viel war es verkauft? Er hat gesagt, für 1000 Dinar. Und sie haben gesagt, was, nur 1000? Es ist doch viel mehr wert. Und dieser Araber antwortet ihm, er sagt, ich wusste gar nicht, dass es mehr als 1000 gibt. Also dass man überhaupt weiterzählen kann als 1000. Das hat er angeführt, um aufzuzeigen, dass er nicht glauben konnte, dass das die Araber sind. Und also nachdem der Prophet gekommen ist und sie den Islamischen Staat gegründet haben und die Sahaba sich ausgebreitet haben und das Persische Reich besiegt haben und das Römische Reich besiegt haben, lässt der Ganze das so Revue passieren. Er sagt, die Araber, die nicht einmal wussten, dass es mehr als 1000 gibt, also jetzt hier als ein Extrembeispiel, das sind sie. Also auf einmal kommen sie hier und erobern die Weltreiche. Und das ist alles nur der Stärke der Idee zu verdanken oder darauf zurückzuführen. Und alles, was man dann als wissenschaftlichen oder technologischen Fortschritt sieht, ist meistens nur eine Folge dieses geistigen Aufstiegs. Und so war es in Europa als auch in der islamischen Geschichte. Weil wenn wir von der technologischen Revolution sprechen oder von der industriellen Revolution, so war sie nur möglich dadurch, dass sich die Menschen von alten Ideen befreit hatten. Und dass sie gesagt haben, wir dürfen auch über die Wissenschaft nachdenken, wir dürfen die Gesetze der Natur hinterfragen und wir dürfen sie erforschen. Und infolgedessen hat man dann hier auch einen technologischen Fortschritt gehabt. Und genauso war es auch bei den Muslimen oder bei den Arabern, wenn wir es jetzt so nennen möchten, als sie den Islam angenommen haben, der Islam sich dann ausgebreitet hat, waren sie befähigt und waren auch ermutigt, für ihre Kultur diese Dinge zu erforschen. Aber warum sprechen wir von einem Kampf der Ideen? Also warum sprechen wir davon, dass Ideen untereinander konkurrieren, gar in einem Kampfzustand sind? Die Frage lautet auch, gibt es überhaupt einen Kampf der Ideen? Und die Frage lautet auch, wie steht der Islam dazu, dass es einen Kampf der Ideen gibt? Also bestätigt der Islam das, dass es diesen Kampf gibt? Und wenn ja, heißt er diesen Kampf gut oder nicht? Um auf die erste Frage zu antworten, muss man ganz klar sagen, es gibt definitiv einen Kampf der Ideen. Man kann sogar noch weitergehen und sagen, Der Kampf der Ideen ist der eigentliche Kampf unter den Nationen oder Völkern der Menschheit. Der Kampf der Ideen war schon immer da und er wird bis Jaum al-Qiyama auch, also bis zum Tag der Auferstehung, anhalten. Vieles, was wir an materiellen Kämpfen unter den Menschen sehen, ist, also vieles von dem ist, ursprünglich darauf zurückzuführen, dass es ein Kampf der Ideen ist. Und das jüngste Beispiel, was sozusagen auch medial hier sehr stark thematisiert wurde, ist das Beispiel Afghanistans. Weil wir in Afghanistan nicht nur davon sprechen, oder wir können es anders formulieren, die militärische Niederlage der USA in Afghanistan ist auf die kulturelle oder ideologische, ideenbasierte Niederlage der USA zurückzuführen. Tamam. Militärisch kann man natürlich das nicht gegenüberstellen. Die Amerikaner sind eine sehr viel stärkere militärische Macht als die Afghanen gewesen. Oder wenn wir es noch kleiner machen wollen, die Taliban gewesen. Aber der Grund, und das hatten wir ja auch in einigen Beiträgen erwähnt gehabt, warum die USA sich zurückziehen mussten und die NATO im Allgemeinen sich zurückziehen musste aus Afghanistan, war, weil sie kulturell ihre Ideen nicht in Afghanistan einpflanzen konnten. Sie konnten sie nicht an den Mann bringen. Weil das war ja die ursprüngliche Intention, auch wenn Biden am Ende etwas anderes gesagt hat, dass wir keinen Staat aufbauen wollten. Der Mann, das ist ja eigentlich nur eine billige Ausrede. Also sie kommen dorthin, setzen einen Präsidenten ein, eine ganze Regierung ein, bauen eine Armee von 350.000 Mann auf, scheitern dann und dann sagt der Präsident, ja, es war ja nie unsere Intention, einen Staat aufzubauen. Der Mann, das stimmt ja, das ist offensichtlich, dass das eine Lüge ist. Nein, sie wollten dort die westlichen Ideen einführen. Sie wollten das dort einführen, auf das die Menschen dort ihre Ideen verändern. Und das, was an militärischer Begleitung eigentlich nur da war, war zum Schutz, zur Abwehr und dass man den Widerstand erbricht, der dort ist. Aber eigentlich ging es darum, eigentlich ging es darum, die Ideen der Menschen zu verändern. Und deswegen die Frage, ob es einen Kampf der Ideen gibt, sie erübrigt sich. Man sieht das überall. Okay, die eigentliche Frage oder vielleicht tiefgründigere Frage ist, warum gibt es diesen Kampf der Ideen? Okay, also warum müssen diese Ideen untereinander konkurrieren? Können sie nicht koexistieren? Also eine Idee neben der anderen Idee? Das könnte natürlich, also rein theoretisch könnte man das sagen, die Realität widerspricht denen aber. Vor allem auch deswegen, weil Ideen, das hatten wir festgehalten, nicht losgelöst oder einzelne Ideen eine Kultur ausmachen oder in den Köpfen der Menschen vorhanden sind. Wir haben ja gesagt, dass sogenannte Grundverständnisse eine Geistesbildung in Menschen ausmachen und auch die Kultur einer Bevölkerung oder einer Bevölkerungsgruppe ausmachen. Man kann auch sagen, das ist vielleicht anders formuliert, hat auch ein bisschen Differenzen dann in der Auslegung. Es entstehen Ideologien, Lebensformen, wie der Kapitalismus oder man kann es auch Liberalismus nennen, die wie gesagt eine Fülle an Ideen bieten und die Menschen gemeinsam haben. Warum diese Ideen nicht koexistieren können mit anderen, geht aus der einfachen Tatsache hervor, dass diese Ideologien oder Weltanschauungen einen Absolutheitanspruch haben. Also sie haben den Anspruch, absolut zu sein. im Sinne, dass sie definitiv wahr sind und für alle Menschen gelten. Und auch die Westliche, das mag vielleicht einige überraschen, hat diesen Absolutheitsanspruch. Und das geht sogar so weit, dass sie sagen, also das große Denker der westlichen Geistesbildung sagen, dass die Geschichtsschreibung mit dem Liberalismus endet. 1989 hat ja Fukuyama darüber geschrieben, dass mit dem Liberalismus und der demokratischen Ordnung und dass die Menschen ihre Vertreter im Parlament wählen, das ist ja aus seiner Sicht natürlich das Beste, was die Menschen je hervorgebracht haben. Das ist sozusagen, hier ist das Zinit erreicht. Er sagt, die Geschichte wird damit enden. Ja, es reicht. Also hier, das ist sozusagen die Errungenschaft, die die Menschheit hervorgebracht hat und hier wird es enden. Das ist sozusagen sein Szenario für das Ende der Welt. Wir haben die Demokratie und den Liberalismus. Und er sagt, es wird, weil es so stark ist, weil die Idee so stark ist, wird es hier enden. Wobei wir auch sagen müssen, dass die Anzahl der Anhänger einer bestimmten Idee, Ideologie oder Weltanschauung nicht darüber bestimmt, ob sie richtig ist oder falsch. Okay, das sagt auch der Islam nicht. Okay, der Islam sagt nicht, dass die Anzahl der Anhänger einer bestimmten Religion oder Lebensanschauung oder so darüber entscheidet, ob sie richtig ist oder nicht. es gibt jemanden, der hat auf ihn geantwortet, Samuel P. Huntington mit seinem berühmten Werk, eigentlich war das ja ursprünglich ein Artikel, den er veröffentlicht hatte, einige Jahre später, wo er gesagt hat, nein, die Geschichtsschreibung hat nicht aufgehört, sie wird nicht enden mit dem Liberalismus. Es wird stetig einen Kampf der Kulturen geben. Er hat es jetzt hier den Kampf der Kulturen genannt und ist am Ende oder ist dann zum Schluss gekommen, dass das, was wir haben werden in Zukunft ein Kampf sein wird zwischen der muslimischen Kultur und, wie er es formuliert hat, der christlichen Kultur. Weil er spricht hier von Kulturen und er sagt, Kultur ist etwas sehr breit gefasstes und die Religion ist unter anderem ein sehr starker Faktor, der die Kultur mit beeinflusst. Okay, und da wir vom östlichen Raum, jetzt vom Nahen Osten, von der islamischen Kultur sprechen, die wiederum von Islam inspiriert wurde, sprechen wir hier vom Westen, von der liberalen Ordnung, die aber wiederum sozusagen hier religiöse Fundamente hat, nämlich das Christentum und unabhängig davon, ob es jetzt Sinn ergibt, was er sagt oder nicht, spricht er dann davon, dass hier die islamische und die christliche Kultur miteinander konkurrieren werden und dass das dieser Clash ist. Okay, es gibt dafür Beweis, also man könnte das irgendwie argumentieren, also warum hat Bush beispielsweise damals gesagt, dass die Kreuzzüge wieder jetzt begonnen haben, haben sich viele Leute gefragt, warum sagt er Kreuzzüge? Also weil der Westen hat sich hier auf politischer Ebene eigentlich vom Christentum verabschiedet, wenn man so will und das Christentum spielt auf politischer und auch von außenpolitischer Ebene ja nicht mehr diese große Rolle, warum hat er doch trotzdem Kreuzzüge gesagt? das könnte man natürlich untersuchen, aber Fakt ist, das ist ja das Thema, was wir hier haben wollen und dieses Verständnis wollen wir hier den Geschwistern vermitteln, ist, dass wir uns bewusst sein müssen, dass es einen Kampf der Ideen geben wird oder dass es ihn gibt und dass wir ihn tragen müssen und dass wir uns bewusst sein müssen, dass es diesen Kampf gibt, weil, guck mal, es war ja auch so, dass in der Geschichte ja die Muslime sehr lange die Oberhand hatten, ja, also wir als islamische Ummah waren lange die Weltführung und wir müssen auch erkennen, dass der Grund dafür, dass es nicht mehr so ist und dass wir heute die Ummah sind, die gar keine, also sozusagen realpolitisch und dass wir gar kein Gewicht mehr haben und nichts mehr entscheiden, dass das im Endeffekt darauf zurückzuführen ist, dass man unsere Ideen verhindert hat, darauf wird in Shabbat ala am Ende nochmal kurz eingehen, die Frage, wie der Islam zu dem sogenannten Kampf der Kulturen steht oder zum Kampf der Ideen steht und auch hier müssen wir sagen, der Koran bestätigt in definitiver Art und Weise, dass es einen Kampf der Ideen gibt. Vielmehr noch, der Koran bestätigt und legt fest, dass der Kampf der Ideen der ursprüngliche Kampf ist und der ursprüngliche Sinn, warum der Mensch auf der Erde ist und warum Allah oder wie Allah das erschaffen hat. Das beschreibt der Koran und der Koran beschreibt, dass der Kampf der Ideen ursprünglich, also in seinem Ursprung, in seinem tiefen Ursprung etwas ist, was mit dem Inneren des Menschen zu tun hat, mit der Seele des Menschen zu tun hat, um hier noch mehr diesen Absolutheitsanspruch klar zu machen. Weil man könnte ja sagen, okay, es sind Ideen im Interfekt. Du hast eine Idee, er hat eine andere Idee, ich habe wiederum dann eine Idee und sollen doch diese Ideen alle existieren und soll sie nicht konkurrieren. Der Islam hat hier eine andere Philosophie. Der Islam sagt, die Ideen sind ursprünglich nicht Ideen nur. Er sagt, die Ideen sind ursprünglich etwas aus dem Nafs, aus den Tiefen des Menschen und des Scheitern. Das beschreibt Allah im Koran, indem er beispielsweise sagt, hier sozusagen, wie das entstanden ist, also warum die Konkurrenz unter den Menschen entstanden ist. Er sagt in Surat al-Baqarah, nachdem er den Engeln offenbart, er sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ Und als dein Herr zu den Engeln sprach und sagte, ich werde auf Erden Stadthalter einsetzen. Die Engel fragten Allah ta'ala daraufhin, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُوا الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Also sie sagten, die Engel, wirst du denn in ihr Leute einsetzen, die Unrecht begehen werden und die unschuldiges Blut vergießen werden und wir sind es doch, also die Engel, die dich preisen, die dich Tag und Nacht preisen, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْدِدِشْ heilig sprechen قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَتَعْلَمُونَ Er sagte, also Allah antwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst. Diese Ayat werden wir inshallah ta'ala auch an einer anderen Stelle nochmal erwähnen, an einem anderen Vortrag inshallah. Auf jeden Fall spricht dann Allah ta'ala darüber, dass er den Engeln etwas befohlen hatte im Kontext dessen einige Ayat weiter, als er dann sagte, وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ أُسْتُشُّدُوا لِآدَمُ Und als wir den Engeln sagten, verneigt euch vor Adam. وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ أُسْتُشُّدُوا لِآدَمُ فَسَجَدُوا So haben sie den Folge geleistet und haben Sujud gemacht. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسُ außer Iblis أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ Er lehnte ab, widersetzte sich, war hochmütig, وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ Im Sinne, als Folge dessen war er ein Kafir. Okay? Das heißt, die Darstellung des Islam ist folgende, die Philosophie, die dahinter steckt. Kufr ist eine Idee oder eine Ansammlung von Ideen, die zu falschen Handlungen führen. Der Grund für diesen Kufr, und deswegen sagt der Islam, Iman ist absolut, Islam ist absolut und alles andere ist Kufr und somit falsch. Und hier ist das begründet, nämlich, Iblis ist warum Kufr geworden? Nicht aus einer, man könnte ja sagen, falschen Überlegung heraus, weil Menschen ja unterschiedliche Köpfe haben und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Nein, die ursprüngliche Darstellung des Koran und die Philosophie dessen ist zu sagen, nein, Kufr ist nicht, weil jemand nicht 1 plus 1 zusammenzählen konnte und er sozusagen nicht richtig denken konnte. Nein, die Darstellung des Koran ist, es war eine innere Sache von Iblis, warum er abgelehnt hatte, sich vor Adam niederzukriegen. Aber Hochmut hat ihn daran gehindert, also ursprünglich war das keine Idee, aber die Ideen sind dann gekommen, indem man aus diesem Hochmut eine Philosophie gemacht hat, ein Kufr gemacht hat, weil in anderen Ayat, er ja anfängt auch, das zu begründen, warum er nicht vor Adam knien wollte. Das ist das, was wir heute dann sehen als unterschiedliche Formen des Kufr, unterschiedlich formuliert, Wörter, aber im Endeffekt ist das alles Kufr und der Ursprung des Kufr ist eine innere Haltung von Iblis hier. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist Iblis gewesen, das ist der Satan gewesen. Was hat das mit den Menschen zu tun? Das beantworten die Ayat darauf. Er sagt nämlich Und wir sagten, oh Adam, bewohnet du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt, aber nährt euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Das war jetzt die Anordnung Allah Ta'ala an Adam und seine Gattin. Und dann hier Doch der Satan entfernte sie davon und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen sind. Das heißt, der Schaitan hat ihnen hier eingeflüstert, die Masse hat ihnen hier die Sünde eingeflüstert und sie haben davon gegessen. Okay, und hier ist sozusagen das erste Mal, als Adam und der Mensch sich Allah Ta'ala widersetzt hat. Doch Adam, alaihisselam, hat Taube gemacht. Okay, er sagt dann weiter, Fa'azallahum al-shaytanu anha, fa'akhradjahu mimma kana fi, wa'qull nah bitu ba'dukum li ba'dan adu, ist auch sehr wichtig. Und wir sagten, wir sagten, geht fort, einige von euch seien der anderen Feind. Und hier sagen die Ulema, dass hier sozusagen sich der Weg schied. Hier ist, sozusagen, in der Menschheit dann, wo ursprünglich das ja nur beim Satan da war, dass er Kibber hatte und dadurch Kafe geworden ist, dass das hier beim Menschen auch angekommen ist. Bei Adam, alaihisselam schon. Also beim ersten Menschen. Und deswegen sagt er dann, dass Adam Reue begangen hat. Und hier sehen wir auch, dass der richtige Weg, der Weg des Glaubens, ein Weg der inneren Einstellung ist. Nämlich, die Reue ist etwas, was du im Herzen hast. Okay? Da empfing Adam von seinen Herren Worte und darauf nahm er seine Reue an. Das ist die Reue von Adam jetzt hier. Er ist ja der Reue Annehmende und Barmherzige. Und dann sagt Allah Und wir sagten, geht alle fort von ihm, dem Paradiesgarten, Wenn nun von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Das sind diejenigen, die jetzt den Islam befolgt haben. Walladhina kafaru Okay? Walladhina kafaru wa kadlabu bi ayatina ulaik ashabun narihum fiha khadidun Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklärten, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie daran verweilen. Und das ist hier, der Ursprung, der Kampf der Ideen aus islamischer Perspektive, aus der Perspektive des Koran. Und deswegen auch dieser Absolutheitsanspruch des Islam, dass es nur al-haq al-mutlaq gibt, es gibt die absolute Wahrheit, im Islam manifestiert, und es gibt al-kufr mit seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir hier ganz klar sagen, der Islam sagt, dass die Philosophie dessen Ganzen ein Kampf zwischen Ideen ist. Okay? Welcher wiederum, deswegen dieser Absolutheitsanspruch, auf die innere Einstellung von Iblis zurückzuführen ist. Und an einer anderen Stelle stellt Allah ta'ala auch diesen Kampf dar und wie, sozusagen, wie lebhaft er ist und wie wir ihn auch als Muslime tragen müssen, indem er sagt, Er sagt hier, um das zu beschreiben, wie al-haq, die Wahrheit, und al-batil, das Verdorbene, die Falschheit, miteinander konkurrieren. Und die Darstellung des Koran ist eine sehr lebhafte, die ein Bild bei Menschen überzeugt und ein absolutes Bild erzeugt. Er sagt hier nicht, wir schleudern mit der Wahrheit gegen die Lüge. Al-qadfu ist, wenn man etwas schießt, ja, wie schleudern. Okay? Bel-naklifu, bel-haq al-al-batili, gegen die Unruhe, gegen die Schleudern, mit der Wahrheit, gegen das Falsche, fayadmaruhu, so zerschmettert er ihm das Haupt, das Gehirn, fayadmaruhu, er dringt in seinen Kopf ein und zerschmettert es, also das Schlechte, das Verdorbene. Fa'idha huwa zahig, okay? Sogleich geht es dahin, also al-batil, walakum ul-wayilu mimma tasifun und euch ist wegen dessen, was ihr da fälschlich zuschreibt, ja, und euch ist wehe, wegen dessen, was ihr da fälschlich zuschreibt. Das heißt, zusammenfassend nochmal, liebe Geschwister, der Kampf der Ideen ist unweigerlich und wir als Muslime und vor allem auch wir als Muslime, die wir hier als Minderheit leben, wo die Ideen des Kufr hier dominieren und das ganze Leben beeinflussen, müssen uns über diesen Kampf bewusst sein. Und keiner kann uns hier etwas vorwerfen, denn es ist ein Kampf der Ideen. Es ist ein Kampf der Ideen. Und alles, was sie tun an Integrationspolitik und Assimilation und so weiter, ist im Endeffekt ein Kampf der Ideen. Und wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, dass die Handlungsweisen, die sie bei uns kritisieren, im Endeffekt auf Ideen zurückzuführen sind, dann haben wir schon verloren. Und leider sind hier auch viele Muslime darauf reingefallen, weil sie sich nicht bewusst waren, dass der Kampf ein Kampf der Ideen ist. Und so haben sie angefangen, Ideen des Islam zu relativieren. Sie haben angefangen, diese Ideen des Islam an westliche Ideen anzupassen, weil sie nicht begriffen haben, dass der Kampf ein Kampf der Ideen ist. Wenn du in einem Kampf bist, mit deinem Feind, einem materiellen Kampf, dann wirst du ihn doch, wenn es jetzt um ein Territorium geht, kein Stück überlassen. Wir haben es ja schon oft gesehen, dass es verbitterte Kämpfe gegeben hat und Staaten nicht in der Lage waren und nicht gewollt waren, einen kleinen Teil nur ihres Gebietes aufzugeben. Das haben sie materiell gesehen. Und genau so verhält es sich auch mit dem Kampf der Ideen. Wir dürfen um keine Haaresbreite von den Ideen des Islam zurückweichen. Leider sind es viele von uns heute und sicherlich bin ich auch nicht komplett davon losgelöst oder so. Beeinflusst von den Ideen des Westens, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber die Herausforderung bleibt trotzdem zu sagen, wir müssen die Ideen des Islams komplett verstehen, wir müssen sie in ihrer Reinheit verstehen und wir müssen sie so umsetzen. Vielleicht eine Anwendung dessen oder auch vielleicht eine Implikation dessen ist, dass wir sagen, das bedeutet, also dieser Absolutheitsanspruch des Islam bedeutet nicht, weil das ist ja oft hier der Vorwurf, der kommt und auch dass ich das so sage, ist ja eine Reaktion dessen, dass man hier immer von den Freiheiten spricht und so weiter. Aber da es im Islam trotzdem so korrekt ist, sage ich das trotzdem. Bedeutet nicht, dass wir die Leute zwingen, in den Islam einzutreten. Das hat der Islam vor 1400 Jahren schon verboten. Wir dürfen niemanden zwingen, in den Islam einzutreten, auch wenn wir einen Absolutheitsanspruch haben. Subhanallah und wie gesagt, dass ich das jetzt erwähne oder mich genötigt sehe, zu erwähnen, dass wir niemanden zwingen dürfen, ist eine Auswirkung dessen. Aber wie gesagt, das ist hier eine Idee, die vom Islam schon seit 1400 Jahren ganz eindeutig formuliert wurde, welche nichts mit den Freiheiten des Westens zu tun hat, also dass wir die Leute nicht zwingen dürfen, in den Islam einzutreten, sondern sie ist eine reine islamische Idee. Deswegen habe ich auch gesagt, keiner kann uns hier was anhaben, denn es ist ein Kampf der Ideen. Und wir werden in dieser Reihe, welche dann immer durch die Animationen eingeleitet wird, beendet, Allah Ta'ala, auf diese Ideen des Westens eingehen, also auf diese partiellen oder auch grundlegenden Ideen des Westens eingehen, wie der Liberalismus, die Freiheiten, Säkularismus, werden wir in den Islam eingehen und dort auch immer punktuell oder auch detailliert auf den Standpunkt des Islam bezüglich dieser Ideen eingehen. Ich hoffe, ich konnte einen Überblick verschaffen über die Thematik Kampf der Ideen, wie wichtig das ist, wie der Islam das betrachtet und wie wir dann in den kommenden Sitzungen auf diese Ideen eingehen werden. Barakallahu feekum, wassalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.